Ho, ho, ho! Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Ähm, joa, hehehe, so ein Quatsch. Auf jeden Fall, heute das Weihnachts-Special bei Pokémon GO. Heute ist der 24. Dezember, heute ist der Heiligabend und wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen, denn wir wollen weiter traben. Darum lasst euch nicht bezirzen und schaut mal in die App, was hat der dicke Ramses denn da für euch entdeckt. Er geht auf seine Box und gibt Buchstaben ein. OMG geschrieben, Buchstaben sind das drei. Da geht er mal darauf und sieht ein Kaumalad. Das ist ja richtig saftig. Ich glaub, da wird was hart, ne? Junge, 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 was ist da denn los, ne? Ein scheibig Kaumalad. Seid ihr krank im Kopf oder wie, ne? Jetzt mal Spaß beiseite. Heute ist der 24. Dezember. Heute ist der Heiligabend. Ich hoffe, das kann ich auch am Heiligabend hochladen, ne? Hohohochladen. Und gönnt euch das einfach. Shiny Kaumalad. Heute kleine Entwicklungsfolge. Das wollen wir jetzt für euch entwickeln. Ganz kurze, kleine Folge. Ein Geschenk an euch selber zu Weihnachten. Ein Geschenk an euch zu Weihnachten. Deswegen drücken wir hier mal OMG entwickeln. Wir machen mal den Namen weg, ne? So, wir machen den Namen weg. Hoho weg. Ne, das geht gar nicht. Entwickeln einfach mal ein Shiny Kaumalad. Dieser FanTV würde jetzt sagen, gebt erstmal den fetten Daumen und schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Dann gibt es nämlich einen Trick, wie ihr auch Shiny Kaumalad entwickeln könnt. Oh mein Gott, das sieht ja vollkommen anders aus. Aus dem Blau wurde einfach ein Lila. Ein dezentes Lila. Und ein oranger Bauch. Ein Bodenbauch, wie man sieht. Aber wir entwickeln natürlich nochmal weiter. Das Knacksel zu. Knackrack. Und freuen uns dann den ganzen Sack. Hehehe. Ah, der Bart fällt ein bisschen ein hier unten. Sehe ich gerade, ne? Aber, kein Problem. Das Knackrack. Das sieht ja voll komisch aus. Das ist ja toll. Ist halt ein bisschen grau oder so. Da hätte ich jetzt mehr erwartet, Knackrack. Was ist los mit dir? Warum zerstörst du alles? Gut, du hast einen orangen Bauch. Aber trotzdem. Da fehlt noch eine Weihnachtsmütze. Wir geben hier mal ein. Ein X-Mess. X-Mess. Genau. Wir geben hier ein X-Mess. Fertig. Zack. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an mich selber. Und mein Weihnachtsgeschenk an alle Zuschauer und Abonnenten. Und jetzt viel Spaß bei Pokémon Go. Beim Weihnachtsfestival. Beim lustigen Treiben. Beim Glühweintrinken. Beim fettige Enteessen. In den Bauch. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ha ha ha. Ho ho ho. Meine ich. Ha ha ha.